SBB Das sind drei Buchstaben, die für Kompetenz, Flexibilität und eine faire Partnerschaft zwischen Kunde und Dienstleister stehen, wenn es um WU-Bauwerke für industrielle und kommunale Wasserfähr- und Abwasserentsorgung geht. SBB, das sind wir, die Beutler und Lang Schalungs- und Behälterbau GmbH mit Sitz in Marktbreit unter Franken-Deutschland. Seit 1974 sind wir, ein inhabergeführtes Unternehmen, genau richtig, wenn es rundlaufen soll. Vor allem dann, wenn es mehr als der reine Standard sein darf. Denn wir denken gerne über den Teller, sprich Behälterrand hinaus. Für monolithische WU-Bauwerke schlägt unser Herz. Mit knapp 100 Kolleginnen und Kollegen schaffen wir technische Lösungen, die wirtschaftlich, langlebig und nachhaltig sind. Wir beraten, planen, entwickeln und betreuen, bis der letzte Handschlag getan ist. Und natürlich darüber hinaus. SBB, ein Partner fürs Leben. Unsere Lösungen sind kreativ und technisch führend. Für dieses Versprechen arbeiten wir eng mit renommierten Spezialisten aus Materiallabors, der Tragwerksplanung und der Geologie zusammen. Eine feine Auswahl an zuverlässigen Lieferanten und zertifiziertes Qualitätsmanagement sichern die hohe Qualität unserer Bauausführungen. Und wenn es sein muss, bewegen wir dafür alles. SBB, Beutler und Lang. Und wann lernen wir uns kennen?